Ich bin Sozialwissenschaftler mit stark historischem Interesse, war zuletzt Professor an der Universität Paderborn und jetzt im Ruhestand. So ganz ruhig verhalte ich mich allerdings nicht. Welches Erbe hat denn der Erste Weltkrieg für den heutigen Generation hinterlassen? So ein Ereignis, jetzt 100 Jahre seit dem sogenannten Ausbruch des Ersten Weltkrieges, bringt ja allerlei Interesse, bringt auch Medienbetrieb zu dem Thema hervor und das scheint mir zum Teil recht diffus, auch im Hinblick auf die mögliche Wirkung auf heutiges Politikverständnis und deshalb meine ich, man muss sich in die Auseinandersetzung, in die Erinnerungspolitische einmischen und versuchen da etwas Klarheit hineinzubringen. Und ich denke schon, dass diese Erinnerungskultur Erster Weltkrieg aktuelle politische Bedeutung hat, weil es ja im Moment auch darum geht, in welcher Weise soll es so etwas geben wie, um die offizielle Bezeichnung zu nehmen, weltpolitische Verantwortung der Bundesrepublik, die sich ja dann auch mit der Idee verbindet, es müsse sich dabei auch um militärische Einsätze handeln. Das ist sozusagen eine konkrete Aufgabe, die Verbindung der aktuellen Tagespolitik mit der Erinnerungspolitik zu verknüpfen. Darin sehe ich das, was man versuchen, was man tun muss, das geschieht von vielen Seiten her. Auch die regierende Politik nutzt ja die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg, um ihre Position zu bekräftigen. Also von daher denke ich, muss das von allen gesellschaftlichen Seiten her und eben auch kritisch aufgegriffen werden. Sehen Sie denn Verbindungslinien zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem Nationalsozialismus und könnten Sie diese etwas genauer identifizieren für sich? Die Verbindungslinie ist sehr eindeutig, weltgeschichtlich, meine ich, wäre vieles, was danach kam, gar nicht denkbar gewesen. Ohne den Ersten Weltkrieg, ohne das, was er hinterlassen hat an Mentalität, aber auch zum Beispiel an Rüstungstechnologie und an politischen Ressentiments, etwa gerade im Deutschen Reich damals. Und die Verbindungslinie liegt so deutlich zutage, dass ich sagen würde, der Nationalsozialismus als Herrschaftssystem wäre überhaupt nicht denkbar gewesen, ohne das Ereignis Erster Weltkrieg. Das heißt, Sie sehen durchaus eine stärkere Brutalisierung der politischen Arbeit nach dem Ersten Weltkrieg oder der politischen Sphäre nach dem Ersten Weltkrieg? Einmal das und dann kam hinzu für die deutschen Verhältnisse, dass die Niederlage des Deutschen Reiches im Ersten Weltkrieg ja ein wesentlicher Antriebsfaktor war für den Aufstieg der deutschen faschistischen Bewegung. So in dem Sinne, diese Niederlage war unverdient, das, was darauf folgte, war ungerecht und wir müssen dazu ansetzen, das sozusagen wieder wettzumachen, also zugespitzt gesagt, es noch einmal zu probieren mit einem deutschen Platz an der Sonne in der Weltpolitik. Eine abschließende Frage, wie schätzen Sie denn die Wichtigkeit solcher Tagungen wie dieser hier ein für die Bewusstseinsschaffung von solchen historischen Ereignissen? Solche Tagungen haben selbstverständlich eine begrenzte Wirkung, dennoch sind sie notwendig, weil man ja davon ausgehen kann, dass Menschen, die solche Tagungen besuchen oder ähnliche Veranstaltungen besuchen, das auch weitergeben in dem Sinne, dass sie Anregungen erhalten mit anderen, mit Menschen in ihrer Umgebung, in ihrem sozialen Milieu, in ihrem beruflichen Milieu, darüber zu diskutieren. Auf die Diskussion kommt es an, es lässt sich ja nicht sagen, da haben wir eine Lehre, die verabreichen wir, sondern es muss darüber debattiert, diskutiert werden. Vielen Dank, Herr Nunkleine.